Wie man die Haare herausnehmen kann, da gibt es jetzt unterschiedliche Techniken. Da gibt es zum einen eine Streifenentnahme, das ist ein minimalinvasiver Eingriff, wo eine Ellipse aus dem Haarkanz heraus präpariert wird. Diese Wunde wird wieder verschlossen und die Ellipse wird in die einzelnen Haarfollikeln präpariert. Die anderen zwei Techniken sind die sogenannten Einzelentnahmetechniken, wo die Haarfollikeln einzeln mit einem speziellen Gerät herausgenommen werden. Der Vorteil ist, dass die Patienten, Patientinnen die Haare sehr kurz tragen können, das heißt man sieht dort keine Entnahmestelle. Im Gegensatz zum Streifen hat man eine längliche Narbe, die sehr schön wird, aber trotzdem braucht man ein Mindestmaß an Haarlängen von 1 bis 2 cm. 3 4 5 4 5 6 Vielen Dank.